sehr 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 das rumfliegen das ist nerft Du musst dir ja mal die Aufnahmen angucken da läuft nix Ich weiß Hier hinten hast du da auch nen Schneebillion oder nicht? Ja ich weiß Nee Doch da hinten ist auch irgendwo eins Aber hier ist dann mit T.O. runter Da hinten ist irgendwo eins Komm und geht's doch nach Hause Ja Schneebillion habe ich eigentlich bei mir Ich hab ja auch eins hier Da guck ich in Ruhe nach Nicht in Aufnahme Na Spaß eh Oder nochmal hier drum herum gucken Ja Halbe Stunde nehmen wir auf Ja Erst? Ja erst Ok Wie kommen wir das noch ein bisschen länger vor Nee Wir haben um halb angefangen Aber übrigens habe ich bei mir direkt so aus dem Schnee reingestehen Wasser wäre jetzt noch wichtig Ja Ja Dann baue ich überall wieder diese Thunder Bienen hin Wow Was bringen wir nochmal? So ne wie ne Persönlich Abwehr wo aber die Zombies und so nix machen können Die creeper und so was die wissen nicht wo das herkommt Achso Hier auf dem Schnee Schneebillion direkt im Wasser hängen Auch bei mir zu Hause da Aber deswegen Ja 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 Ein Gruppschchen reicht immer Ja ja Ender Bienen hab ich auch noch Gerade das man nicht richtigrom fliegen geht Jo auch wenn du die Partickel hoch stellst dann kannst du die kleinen Bienen also kleine Bienen immer rum fliegen sehen Ja so aber ich mein supposed richtig als Bienen Nee Also schade Es ist weil man each Partickel noch laden muss Mh, egal. Aber deswegen brauche ich auch diesen Anti-Wainmaker hier. Die habe ich hier angepackt, ja. Wählen der Bönern. So, Hirsch wird noch weiter. Dann holen wir mal was Ticks raus hier. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Sieht ja kacke aus, ehrlich. Was? Na hier. So ein komisches Ding war es. Mit vielen Blöcken nach oben geht oder so. Und dann oben eine kleine Plattform ist. Die nach vorne hinweg geht. Das kann nur von dir gebaut sein. Nee. Das ist so gespawnt. Spawnt. Okay, warte mal. Das können wir da anbinden. Ich habe... Ah, ist es nicht drin? Da sind sie nicht drin. Ah, la 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 la. Centrifuge da. Centrifuge da. Warten, ach, du bist doch eine perverse Sau. Centrifuge? Centrifuge? Woher wollte ich die denn erst mal ein? Hab ich denn noch ein... Ein High-Solar-Panel? Oder hatte Johnny noch eins bei sich hier drin? Mit dir ist hier unser Wasser. Im Cave. Das ist aber normal. Ja. Mit... ein großes... Piratenschiff. Ah, Captain. Also das mit diesen Kanonen dran. Mit den TNT-Dingern. Ja. Ja. Ah, ist doch der Captain bestimmt bei. Arrr, Captain. Leck! Wie leckt das gerade bei mir so? Wow. Boah. 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 daten kann sich ganz ein Gegner kommen. Hallo Pirat. Ja, hau- immer mit dem Bora, alles klar. Diss. Hi. Pirate. Strom. Dss. So. Hatte doch noch irgendwelche Sachen. Hey, da ist ein Heiler. stirb. Autsch, Autsch. Autsch. Hoffe mich auch auf mich zu schießen. Jetzt stirbst du gleich. Jetzt stirbst du gleich. blätter ich steppe doch mal du heiler vor der hält aber auch was aus gleich ist los ja hallo mumie wie kommt eine mumie hin ich hatte diesen effekt war war also was macht mich denn jetzt hier glaubt da haben sie sich im gegenseitig abgeknallt das ist das schrecklichste ja und vor allem so richtig zum kotzen dann guckst du so drauf und die wird noch richtig dusen ich habe doch mal ja wieder level ich habe schlachten 40 level was weiß ich das mal wieder anfang super skelett wieder unten nur für centus gedacht das super skelett ja ist klar du mich auch was du sagst das tue ich dir in der bude auch bloß was denn werden mir so viele hühner den ein tag hinspont er hat eigentlich verdient das zu bekommen nein doch nein doch nein doch nein so wo mache ich denn wo brauche ich denn noch mein zentrum hierzu ich kann eigentlich alles zu bauen hier mit ganz vielen gebäuden centers für die sich von blocken missi und hohen sichtbare defender ja du mich auch manchmal bei mir alles schwarz der schwarz gesagt hat einfach nie was sagst du nie gesagt wohl hier hinsetzen alles voller tun da kann man auch weg macht schon ich weiß ja nicht was ich hinbaue du bist nur noch ein fps haben wenn mein land betritt ja was denn ist doch so wenn ich jetzt noch die schleuderei dazu baue oder wieder so eine anlage wie die kuchenfabrik er produziert ja auch nur kuchen kann nix dafür vor allem du kannst nie was dafür das ist nur für die chokoburst gedacht eigentlich war ja eigentlich nur dafür gedacht kann nix dafür dass sie ja noch kuchen sorte andere machen ja aber steck doch mal tschüss wir haben wir schlecht so wo brauche ich das denn mit den bienen hin komm der taue hat auch was bam 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 okay der baum ist ja pfeilz danke hau mir mal wasserheilung auf du scheißmissding der nächste unter wasseratmung was du da immer kriegst die unter wasseratmung bam bam palment wie palment wie zack zack was die kanonen feuer haben ist alles kaputt oder ist der knopf knoppy ab da gibt mir hin hat irgendwas auch ist ja naja muss man schaden ich glaube ich lasse nennen die den stone steel das ist okay das ding ist groß ganz schön groß ich will nicht kotzen schon mal gesagt doch du willst nein will ich nicht ich habe keinen platz das bringt nichts wenn du auf mich schießt du hast eine kokosnuss bam passita ouch bam ich habe eine leere kiste nein bam 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 du hast einen schaden irgendwas ist heute mit dir falsch definitiv man soll nun mal bei mir weiß ich doch naja aber heute bisschen so durchgedreht bist du immer durchgedreht also mal darf ich das auch nein meine fresse wie viel kommt denn hier noch ich steig ein level nach dem anderen liegt alles voller millionen und so bam bam ich bin doch noch normal bekloppt aber du bist behindert schreibst du es ja heute ja irgendwas kam dir heute morgen nicht gut kaffee cornflakes kaffee milch war schlecht wirst du auch schlecht ja ja zentos heute ist nicht dein tag man merkt es oh hier ist ja alles voller tnt du kannst das ganze schiff sprengen alles im tnt lager ja ja einer hat eine angellene hand gehabt ihn er soll ehrlich cash an ja er wollte dich irgendwo hinführen man ist das dunkel hier aber wir sind fertig hier drin und irgendwo bei mir äh ich sofort mit fliegen äh sternstopper achso na gut genug question ist hier äh was kann denn dafür weg äh komm was ne nein 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 den sollte ich mir auch mal ein paar mitnehmen äh komm oh da ist schon hm ich wollte schon sagen da schon was auch und ich höre schon wieder zombie zack 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 ach da schon wieder was ah ok was Wasser kann weg mein knabbele eigentlich komplett ach diamantenhau damit oh man ich krieg von diesem wasser irgendwann noch Pimpernellen hast du doch so schon monster fresse ok komm dir krieg drei möglich du du macht das schon wieder werbung also wir haben zu dreiviertel stunde schaden schaden ich hatte einen schaden schaden ich nicht achte dann nämlich ich komme heute nicht gut oder so meinst du mein zuschauer auch das ganze schiff unten alles gesprengt ach wo kommst du denn hier ich habe nicht jetzt aber gleich bist du da du bringst leute um jetzt müsste die komet auf deine festung knallen warum nicht weil es steht da stehen ja ja dass du sag ich war das auch so ist gleich bei uns essen und dann helokite komet auf dein ganzes grundstück wenn du mich auch wieder lacht ich wünsche man mhm captain arzend Untertitelung des ZDF, 2020